Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Teil meiner Spiele-Sammlung. Ich habe auf Facebook gefragt, was wollt ihr als nächstes sehen und NES und Gameboy hatte recht viele Votes bekommen. Außerdem ergibt es durchaus Sinn, Nintendo abzuschließen. Ich habe nicht allzu viel Gameboy-Zeug. Ich hatte sehr viel als Kind, habe dann irgendwann mein Gameboy verkauft mit allen Spielen, um eben neues Zeug zu kaufen, wie bei allen meinen Retro-Sachen, die ich hier vorstellen möchte. Und meine Gameboy-Spiel-Sammlung ist sehr, sehr klein, aber ich möchte natürlich trotzdem kurz durchgehen. Es sind nur, glaube ich, sechs, sieben Spiele, die ich momentan habe. Und die ersten beiden sind zwei große Stars meiner Kindheit, nämlich einmal Pokémon Blau und Pokémon das Trading Card Game. Da muss ich gar nicht viel zu sagen, da habe ich ein Herz-Teile-Video zu gemacht. Das könnt ihr euch anschauen und dazu gehört auch Pokémon Gold. Das war tatsächlich eine Spende von einem Zuschauer, nochmal vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr also mich aus meiner Kindheit erzählen hören wollt mit Pokémon, dann empfehle ich euch, schaut am besten das Herz-Teil-Video dazu auf meinem Kanal. Weil das ist dann, da kann ich euch wesentlich mehr erzählen, als jetzt in dieser kurzen Zeit, in der ich durch mein Spiel durchwurschteln muss. Als nächstes haben wir Kid Icarus. Das Spiel habe ich damals schon als Kind sehr gern gespielt und ich fand es immer relativ schwer. Und ich fand es dann, also ich kannte das Game, ich habe Bilder davon gesehen, ich kannte Kid Icarus, also Pit als Charakter aus der Serie Captain and the Game Master. Aber da ich eben kein eigenes NES hatte zu der Zeit, habe ich mir eben dann immer Kid Icarus für den Game Boy gewünscht, habe es gespielt. Ja, finde ich immer noch ein sehr gelungenes Spiel mit einem sehr gelungenen Main Theme. Das NES-Spiel habe ich bis heute nicht gespielt, also ich kann meine Erinnerung nur auf Kid Icarus für den Game Boy zurückverfolgen. Dann haben wir hier Castlevania Adventure. Das ist das letzte Game Boy-Spiel, das ich zur Hand habe und weil, eines ist noch in meinem Game Boy Advance. Das heißt, ja, Castlevania Adventure habe ich einfach gekauft, weil das war auf einem Flohmarkt zusammen mit Kid Icarus und dem anderen Spiel, das ich jetzt nicht hier habe, das in meinem Game Boy Advance SP steckt. Und ja, es ist okay, es ist nicht sonderlich gut und von dem, was ich halt höre, ist es auch eines der schlechten Castlevanias. Das andere Spiel, das ich jetzt nicht hier habe, ist Turtles Back to the Sewers, was als Kind eines meiner Lieblingsspiele für den Game Boy war. Und ich habe es jetzt neulich wieder gespielt, eben damals in meinem Advance. Und irgendwie ist es doch relativ schlecht verhältnismäßig. Es ist sehr einfach, es ist sehr simpel gehalten, selbst für ein Game Boy-Spiel in meinen Augen. Und ja, egal. Ich komme jetzt zu etwas, wo ich wesentlich mehr jetzt erzählen kann, weil ich wesentlich mehr habe. Und das ist NES. Und ich habe sogar ein paar Games, OVP. Und das erste, was ich da habe, ist Shadowgate. Das Game ist nicht hier drin, also wird es wahrscheinlich gleich in einem Stapel irgendwo auftauchen. Shadowgate, ich glaube sogar mit Anleitung, jawohl, mit Anleitung, ist ein Point-and-Click-Game. Das Game, relativ schwer, sehr viel Trial and Error. Hat in meinen Augen, ich habe es gespielt dann, das Cover kannte ich, aber ich habe das Spiel nie gespielt. Und ich kannte auch die Screenshots. Das Spiel hat wahnsinnig viel Atmosphäre für so ein altes Spiel. Es ist sehr gruselig in meinen Augen und es ist wirklich sehr gut. Also es ist sehr langsam, das ist sicherlich nicht für jeden. Aber schaut euch unbedingt mal das Game an, wenn ihr dazu kommt. Ich kann es nur empfehlen, es ist so ein bisschen eine kleine Perle, finde ich. Ich lege das mal kurz hier, aber ich habe keinen Platz. Das andere Game, das ist Super Mario Bros. 2. Habe ich damals nie gehabt, hätte ich gerne gehabt als Kind. Ich habe es dann zum ersten Mal selber gespielt in Super Mario All Stars. Und jetzt habe ich hier das Original mir gekauft, habe es mir gegönnt, extra komplett, glaube ich, sogar mit OVP. Wir haben hier das Cartridge und wir haben wahrscheinlich sogar, jawohl, wir haben sogar eine Anleitung. Also hier eines der Games, die ich in OVP habe. Und in meinen Augen ist das auch für den Preis, den ich glaube, ich habe 20 Euro gezahlt, war das eine gute Anschaffung. So, jetzt kommen zwei Sachen, auf die ich sehr stolz bin. Die hatte ich damals nicht im Original als Kind, weil ich eben, da war ich noch viel zu jung, um ein Spiel zu kaufen. Also alles, was ich an NES habe, habe ich alles nachhinein gekauft. Und die Option, NES zu spielen, ging primär auf mein Cousin zurück, weil meine Eltern haben für ihren NES keine Spiele gekauft im Grunde. Sie hatten nur Mario und Tetris. Und das erste Spiel ist The Legend of Zelda 2, The Adventures of Link. Und das Spiel ist hinten in meinem Schrank. Aber auch hier ist es komplett mit Anleitung noch. Das Cadridge ist silbern, es leuchtet silbern. Wie gesagt, ich habe es drüben in meinem Schrank, ich hätte es eigentlich rüberholen sollen, ich bin ein Idiot. Legend of Zelda 2, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Ich finde es gut, aber halt anders logischerweise. Nichts im Vergleich zu The Legend of Zelda, dem Original. Das Spiel, das alles begonnen hat. Auch hier habe ich das Cadridge drüben liegen, in meinem Schrank, in meinem Spieleschrank. Auch hier OVP mit Anleitung. Also komplett, es ist nicht mehr Min, man sieht es hat, der Zahn der Zeit hat an dem Spiel genagt. Aber großartiges Game, zeitlos, immer noch grandios gut. Und ich bin so stolz, dass ich diese beiden hier in meinem Besitz nennen darf. Und jetzt passt mal auf, ich habe die beiden Spiele, da war sogar ein Freund für mich zu Besuch, den ich aus einem Forum kannte. Das war mein erster Online-Kumpel, den ich besucht hatte. Ich habe ihn auf dem Flohmarkt in Tuttlingen, meiner Heimatstadt. Und ich habe die Spiele für 3 Euro als Stück bekommen. Wahnsinn, ne? Das gibt es heutzutage gar nicht mehr, dass man Leute erwischt, die eben ANES-Spiele haben und keine Ahnung haben, was sie da verkaufen. So, wir hatten vorher ein schlechtes Castlevania. Hier haben wir ein gutes Castlevania, nämlich Castlevania. Auch in meinen Augen immer noch zeitlos gut, immer noch super spaßig, immer noch sauschwer. Ich habe es ja im Livestream zusammen mit Dom durchgespielt und habe am letzten Boss Leben und Federn gelassen wie nichts anderes. Und auch hier bin ich, finde ich, das ist auch so ein Spiel, das in meinen Augen Videospielgeschichte ist und ich bin froh, dass ich das Original besitze. Wenn auch nicht OVP, aber trotzdem immer noch grandios gut. Das nächste Game ist so ein bisschen so, ich dachte, ich habe es gekauft eben in einem Bundle mit mehreren NES-Spielen mit Anleitungen, bin auch ein bisschen angefressen. Das ist Russian Attack. Versteht ihr? Russian Attack. Und ich dachte erst, es wäre einfach nur ein billiger Kontraklon, aber es ist anscheinend ein Port von einem Arcade-Game, wenn ich mich nicht täusche. Es ist sogar ziemlich gut eigentlich. Es ist jetzt nicht der Überflieger, aber es ist durchaus ein Spiel, das man durchaus mal spielen kann. Es ist jetzt sehr generisch, würde ich jetzt sagen, es macht nichts Besonderes. Es hat ein bisschen weniger Action, gerade am Anfang, als das Cover verspricht, aber es ist ein solides Spiel. Es ist kein Überflieger. Ein Überflieger ist das nächste Spiel. Kirby's Dreamland, also Kirby's Adventure. Ich hatte damals Kirby's Adventure nicht. Ich habe immer davon gelesen, in dem Club und Tinder-Magazin. Ich hatte nur Kirby's Dreamland für den Game Boy. Und ich fand es schade, dass man in Kirby's Dreamland eben die Gegner nicht einsaugen konnte, in ihre Fähigkeiten kopieren, was erst mit Kirby's Dreamland 2 rauskam. Kirby's Adventure, auch heute noch grandios gutes Game. So gut, dass es eben ein Game Boy Advance Remake bekommen hat und immer noch zeitlos ist. Also viele von diesen Spielen sind zeitlos und Kirby's Adventure durchaus eines dieser Spiele. Auch erst ein Titel, den ich als Kind nie gespielt habe. Wie gesagt, es nur erst im Nachhinein erst bekommen habe. Was ich als Kind gespielt habe mit meinem Cousin, den ich hier schon so oft erwähnt habe, ist Snake Cradle and Roll. Wir hatten beide nicht dieses Spiel. Ein anderer Cousin von uns hatte es und wir haben es öfter mal ausgeliehen. Und es war eins der wenigen Koop-Spiel, die es damals gab. Darum ist es großartig. Es ist meiner Erinnerung besser, als es wirklich ist. Ich habe es mal wieder gespielt. Ich muss sagen, es ist nur okay. Es ist immer noch ein lustiges Koop-Game. Es ist von Rare übrigens. Das ist ein interessanter Fakt, dass es von Rareware ist. Die Ansicht von dem Spiel macht vieles kaputt. Es ist so isometrisch von oben gesehen, also so schräg. Und es ist ein bisschen unübersichtlich. Und das macht es ein bisschen kaputt. Aber es ist kein unglaublich schlechtes Spiel. Also ich finde vor allem zu zweit ist es immer noch. Ich kann mir immer noch mal reingucken. Wenn ihr irgendwie Retro-Spiel streamt oder Let's Playt und ihr braucht was von Together, ist das ein guter Vorschlag von mir. Wizards & Warriors kennt man wahrscheinlich auch mit Anleitung. Ist dieses Spiel mit dem Männchen mit dem großen Helm. Habe ich jetzt kein Bild? Habe ich immer ein Bild, das groß genug ist? Nee, diese geilen Screenshots von den... Schaut mal, wie sie eben wirklich vom Fernseher... Man sieht es, total Fotos gemacht haben damals. Das ist so richtig blurry und alles. Großartig. Also Wizards & Warriors ist sackschwer. Es hat einen sehr seltsamen Grafikstil in meinen Augen. Es soll sehr gut sein. Ich habe mich nie damit anfreunden können wirklich. Und ja, es ist eben Wizards & Warriors. Kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, leider. Habe ich zwar auch wirklich gespielt, aber nie weit. So. Das nächste Spiel habe ich sehr viel gespielt. Das war das Probotector. Die PAL-Version von Contra, in meinen Augen, ist die cooler, weil der coole Kampfroboter. Und das ist ein Spiel, in dem hängt sehr viel Erinnerung, weil ich habe das damals in meinem Cousin sehr, sehr viel gespielt. Rauf und runter. Natürlich nur mit dem 30-Leben-Code. War ein wahnsinnig schweres Spiel. Ist es immer noch. Aber wir haben es geliebt. Das war einfach, wie gesagt, auch hier eins der wenigen Co-op-Games, die es damals gab. Und daher war das eine unserer ersten Multiplayer-Erfahrungen zusammen. Und ja. Es ist badass. Es hat krass gute Musik. Es hat krass gutes Gameplay. Und auch bis heute eines der besten Spiele auf dem System, in meinen Augen. Eines der besten Action-Games überhaupt. Der Ära hat jede Menge gute Nachfolge bekommen, die bis heute sich in die Zeit reinziehen. Probotector. Arca Contra. Wahnsinnig gutes Spiel. Das nächste Spiel war anscheinend populär genug, eine Nachfolge auf der PS2 zu bekommen, nämlich Ryga. Ich habe das hier gekauft, weil ich eben gesehen habe, dass es der Vorgänger zu dem besagten PS2-Spiel ist. Ist so ein bisschen, man kann es sagen, es hat Anleihen von Zelda 2, Adventure of Link. Weil es eben auch diese Overworld von oben hat und dann eben 2D-Action-Passagen mit einem ziemlich coolen Waffe. Es spielt sich Action-lastige und Blattformige als Zelda. Es hat aber auch Adventure-Anleihen. Man muss viel erkunden, man muss wissen, wo man hingehen kann. Und wenn man es heutzutage spielt, ist es wirklich so ein Spiel, wo man am besten einen Guide daneben liegen hat, um einigermaßen durchzukommen. So. Ich mache einfach kurz den Anschluss rein. Hallo. Hallo. Gib mir einen Kuss. Ich habe für dich, wenn du magst, ich habe Müsli gekauft. Warum weinst du? Ich habe mich gerade kurz vor der Tür in den Saug geführt. Und im Kühlschrank ist auch so eingesperrter Salat und Dressing, wenn du lieber Salat essen magst. Einfach im Kühlschrank gucken. Ich würde meinen Vino fertig machen, okay? Okay. So, ich muss kurz einen Cut machen. Jetzt bin ich wieder da und hier haben wir Shadowgate, das Modul zu der Packung. Ich tue es einfach mal gerade drüber, haben wir schon drüber geredet. Das nächste Spiel habe ich für einen Euro oder so in irgendeinem Laden bekommen. Es ist Tennis. Man kann es vielleicht so ganz klein bisschen erkennen. Und ich hatte Tennis damals auf dem Gameboy und zwar einmal die Lieblings Gameboy Multiplayer Spiele. Und ja, das ist die NES Variante. Wenn man es heute spielt, ist es ziemlich, äh, ziemlich meh. Weil man einfach, äh, jetzt ist es ein NES Spiel. Was will man erwarten? Das ist ein bisschen ein besseres Pong, wenn man so möchte. Ich finde es immer noch immer, für die Zeit damals ist es sicherlich gut. Und es ist auch eben aufgrund von dem Gameboy Spiel eins meiner Lieblingsspiele gewesen. Und dann musste ich es mir einfach holen. Das nächste Game kannte ich überhaupt nicht. Habe ich einfach gekauft, eben um es zu kaufen, weil es ein paar Euro gekostet hat. Das heißt Totally Red. Und dieses Spiel bloppt gerade überall auf. Also die Game Grumps haben es gespielt, Continue haben es gespielt. Und es ist so ein bisschen ein Mega-Man-Klon mit magischen Fähigkeiten. Ist eigentlich ziemlich cool, aber auf der anderen Seite auch ziemlich crappy. Es ist so ein bisschen trashig, würde ich sagen. Ich meine, das Cover ist so unglaublich awesome. Wer will nicht ein Spiel kaufen, das erstmal Totally Red heißt. Das Cover schreit 80er Jahre. Ach, die Schrift und so. Es ist so großartig. Also es musste einfach mit, als ich gesehen habe, für ein paar Euro. Ich dachte, das nehme ich mir mit, egal was es ist. Es heißt Totally Red und sieht total awesome aus im Cover. Und mein NES-Turm, den ich gerade baue, fällt bald um. Das nächste Spiel ist auch noch eins. Hier Chip'n' Day Rescue Rangers von Capcom. Capcom hat großartige Disney-Spiele gemacht damals. Und Chip'n' Day Rescue Rangers war eins davon. Hier genau das gleiche wie bei Robotechton, Snake, Red & Roll. War es eins der wenigen Koop-Spiele, die mein Cousin und ich spielen konnten. Und auch hier hat keiner von uns beiden das besessen. Und wir mussten es in so einem Ausleihen von irgendeinem anderen Familienmitglied. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber wenn wir es hatten, fanden wir es großartig. Ich finde auch übrigens cool, wie hier auf dem deutschen Cover, hier oben Chip'n' Day Rescue Rangers steht. Aber hier Chip'n' Chap, Ritter des Rechts. Ein wirklich cooles Disney-Spiel. Ich sage das nicht nur aus Nostalgiegründen. Das Spiel ist wirklich, wirklich großartig. So, ich kann jetzt hier mal anfangen zu stapeln. Ich habe jetzt hier noch einen riesen anderen Stapel, von dem ich jetzt greifen muss. So. Das erste Spiel, wo lege ich das am besten jetzt alles ab, ist McDonaldland. Ja, ohne Scheiß, es gab ein McDonald's-Spiel. Ich denke mal, ich muss mich ein bisschen anders organisieren. So, wir werden vielleicht manche von euch wissen. Es ist nicht sonderlich gut, aber auch hier hängen Erinnerungen dran mit meinem Cousin zusammen. Darum habe ich es mir geholt, weil es eben ein Name in meinem Herz ist, so kann man sagen. Im Grunde ist es ein Herzteil. Wer weiß, vielleicht mache ich da mal ein Video zu, wo ich mehr zu erzähle. Es ist ein Plattformer. Hat ziemlich viele Assets von Mario 3 geklaut, so ein bisschen. Man kann es zu zweit spielen, aber nicht Koop, also nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd. Trotzdem hat ein paar andere Mechaniken. Ich glaube, der AVGN hat ein Video zugemacht. Einfach den mal auschecken oder warten. Vielleicht mache ich ja was dazu, wenn ihr Bock habt. Oder am besten beides gucken. Ein Fan-Favorite von vielen Leuten ist das Spiel, das habe ich als Kind auch geliebt. Das ist DuckTales. Das hatte ich auch immer selbst sogar. Es ist auch von Capcom, wie gesagt, wie viele Nintendo-Spiele auf den Retro-Konsolen. Es ist so unglaublich gut. Das DuckTales-Game ist eines der besten Spiele für diese Konsole. Hat grandios gute Musik. Das wisst ihr, alle, die dieses Spiel schon mal gesehen haben. Es ist so gut, dass es jetzt ein HD-Remake bekommt. Ich glaube, in zwei Wochen erscheint es für die Xbox und für die PS3. Für PC auch, glaube ich, für Steam. Es ist so unglaublich gut. Es ist wirklich, auch hier spricht nicht nur die Nostalgie aus mir, sondern alles. Alles an diesem Spiel. Das ist allein das Cover. Dieses Cover ist so ikonisch. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie gut Artworks auf Covern damals waren. Nicht nur so ein Dude vor und drauf, sondern richtig hier cooles Artwork. Perle. Muss in meinen Augen. Das ist so eins der Spiele, wenn man, wie ich Fan der Konsole ist, muss das in die Sammlung rein. Und da bin ich auch froh, dass ich es habe als Original. Ich glaube, das ist mittlerweile auch recht, recht teuer. Was auch an den Perlis, die überall da sind, sollte Super Mario Bros. 3. In meinen Augen das beste 2D Mario. Wobei es sich arg mit Mario World battled. Ich weiß nicht, ob bei Mario World gesagt wird, was das beste 2D Mario ist. Aber ich glaube, das hier hat die Nase noch ein bisschen vorne. Habe ich auch zum ersten Mal selber spielen können in Mario All Stars. Bin ich froh, dass ich das Original besitze. Weil es einfach wirklich... Das war damals zur NES-Zeit, glaube ich, eines der letzten großen NES-Spiele. Ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall hat es eben allen das Hirn weggeblasen damals. Es galt als das beste Spiel für die Konsole. Und ich meine, das Cover ist auch so ikonisch. Das ist... Ja. Man kennt es, man liebt es. Wenn ihr noch nicht Mario 3 gespielt habt, dann müsst ihr Mario 3 spielen. Weil im Grunde solltet ihr Mario 1 spielen, dann Mario 2, dann Mario 3. Und dann Mario World am besten. Wenn ihr die noch nicht gespielt habt, dann verpasst das nicht. Auch wenn sie vielleicht für neue Spieler, wenn jetzt die New Age der Videospielgewohnheit relativ knackig sind. Aber das sind Perlen. Die müssen gespielt sein, die müssen gespielt werden. Und die dürfen noch niemals vergessen werden. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier RC Pro-Am. Ist auch von Rareware. Ich meine, es ist auch von Rareware. Und ich habe es mal gekauft, weil ich eben den Gameboy-Teil kannte. Es ist ein Rennspiel mit ferngestauten Autos, die ihr von oben seht. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Es spielt sich geil. Es steuert sich so ein bisschen wie dieses Micro-Machines. Und man gibt Gas und kann mit Links und Rechts linken. Also würde man eben ein ferngestaut Auto lenken. Man kann sein Auto upgraden. Es ist wirklich, wirklich cool. Es ist ein supergeiles Rennspiel. Nur ich glaube, ihm fehlt der Multiplayer-Modus. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem von dem Game. Aber ich kann mich auch täuschen. Weil ich meine, auf dem Gameboy kann man es zu mehr spielen. Mit einem Link-Kabel. Dann haben wir T2. Nochmal ein Terminator-Game von LJN. Ja, irgendwie habe ich es mit Terminator-Games. Also die habe ich alle. Weil sie bei irgendwelchen Bundles dabei waren. Genau wie bei dem Super-Tendo. Und auch das hier kann beim LJN. Das ist wahnsinnig schlecht. Da muss man gar nicht drüber reden. Das ist ein LJN-Endgame. Also, ja. Habe ich auch nicht viel gespielt. Es ist so rotzig. Das nächste Spiel ist ein Favorit von einer meiner sehr guten Freundin. Nämlich von Basti, aka The White Devil. Aka Abase. Es ist Faxandu. Er hat es mir empfohlen. Aber irgendwie komme ich nicht so ganz hinter dieses Spiel wie er. Es ist ein Rollenspiel-Adventure-Fantasy-Ding. Es hat eine sehr dichte Atmosphäre. Aber es ist irgendwie mir zu wenig Spiel. Also ich kann nicht viel zu sagen. Ich habe es noch nicht viel gespielt. Weil ich mich noch nie getraut habe, so durchzufuchsen. Weil es ist sehr komplex. Und es ist sehr langsam, leider. Also, vielleicht ist es wirklich großartig. Aber ich kann noch nicht viel zu sagen. Ich möchte es noch nicht verurteilen. Weil ich vertraue in seinen Geschmack. Dann das hier habe ich mir geholt. Weil ich gehört habe, es ist ein zeitloser Klassiker. Und es ist wirklich gut. Es ist A Boy and His Blob. Es ist ein Plattform-Puzzle-Game. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Es gibt, glaube ich, auch ein Remake für die Wii. Und ihr spielt im Grunde den Boy. Der hat seinen Blob dabei. Dann habe ich zu spiel auch A Boy and His Blob. Übrigens, ja, grandios. Hat auch den Untertitel Trouble in Blobolonia. Das habe ich noch nie gesehen, dass der Untertitel hat. Und ihr müsst den Blob so Jelly Beans verwittern und dann kann sich in verschiedene Sachen verwandeln. Und ihr wisst aber anfangs nicht, welche Bohne er was macht. Und dadurch müsst ihr so ein bisschen experimentieren und Rätsel lösen und alles. Und es ist ein richtig klassisches, klassisches, altes Rätsel-Game. Euch wird nicht gesagt, wo ihr hin müsst, was ihr machen müsst. Ihr müsst jetzt alles rausfinden. Dann haben wir hier Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles. Durften ja nicht Ninja Turtles bei uns heißen. Und es ist das erste Spiel. Es ist relativ, relativ schlecht. Es ist nicht so gut. Ich habe es mir geholt, wer ich es eben haben wollte, wer ich Turtle-Fan bin. Und ja, wir alle kennen das AVGN-Video mit den geilen Unterwasser-Leveln, die einfach viel zu schwer sind. Will ich nicht viel zu sagen. Habe ich auch nicht so lange gespielt. Ich habe es damals als Kind immer bei Bekannten so gesehen und fand es so geil, was da Turtles war. Hätte ich damals gewusst, wie schlecht es ist, hätte ich vielleicht auch vollkommen drüber hinweg gesehen, weil ich eben als Kind der Mega-Turtles-Fan war. Ich bin froh, es zu besitzen. Das nächste Spiel habe ich zweimal aus Versehen, weil ich es erst letzte Woche bei der Rätselbörse nochmal gekauft habe. Weil ich nicht wusste, dass ich es hatte. Es war Excitebike. Es ist auch eines der Spiele, das meine Kindheit. Habe ich geliebt, weil es war diese Spielmechanik mit dem... Also gut, ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was Excitebike ist, aber vielleicht wissen es viele gar nicht. Also Excitebike, müsst ihr euch vorstellen, wie Trials. Wie der Urvater von Trials. Also ihr spielt diesen Motorrad-Dude hier und könnt Gas geben. Ihr könnt nach oben und unten die Lanes wechseln, auf denen ihr fahrt. Also die Spuren. Und mit links und rechts könnt ihr euch so neigen. Und dann müsst ihr eben immer aufs Überschuss springen und gucken, dass ihr richtig landet und Zeug. Und das ist ziemlich cool, ziemlich geil. So ein Level-Dude hier habt. War sehr weit fortgeschritten für seine Zeit, in meinen Augen. Und da ist es auch so beliebt, dass es ein 3DS-Remake gibt. Also bei den Nintendo 3DS-3D-Classics ist es dabei. So, dann kommen wir zum letzten Stapel. Das nächste Spiel ist auch eine Empfehlung von Base. Und da hat er recht gehabt. Battle of Olympus ist ein grandioses Adventure-Game in 2D. Es ist das Spiel, das Adventures of Link wahrscheinlich sein wollte oder sein sollte. Ich weiß nicht, was zuerst kam. Ich habe mal in irgendeinem Retro-Flash war Leo da. Und ich habe mit ihm dieses Spiel angefangen zu spielen auf einer Röhre. Und wir haben ohne Scheiß, wir haben 2 oder 3 Stunden dieses Spiel gespielt. Wir haben teilweise dann sogar online nachschauen müssen, wo wir hin müssen, wenn wir so verloren waren. Das Spiel ist riesengroß, das ist supergeil, hat eine coole Optik, spielt sich gut. Kann ich einfach nur empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist das hier. Das damit hat bei mir alles angefangen damals. Das Triple Pack Super Mario Bros. Tetris und Nintendo World Cup. Alle 3 Spiele habe ich bis zum Vergasen gespielt als Kind. Nintendo World Cup ist immer noch ein sehr cooles Multiplayer-Spiel. Tetris muss noch nichts zu sagen. Genauso wenig wie jetzt Super Mario Bros. Gerade die Urbane-Spiele sind einfach so ikonisch. Da kann ich euch nichts zu erzählen jetzt. Außer, dass ich sie als Kind geliebt habe, sie gesuchtet habe. Über alles. Mehr das hier als das hier. Das hier fand ich als Kind immer so langweilig, Tetris. Und mittlerweile ist es in meinen Augen eines der besten Spiele aller Zeiten. Wenn nicht das beste Spiel aller Zeiten, die für mich das Videospiel oftmals. Also wenn mich jemand fragt, was in meinen Augen das beste Videospiel ist, sage ich auf Tetris. Nicht diese Version sogar, weil ich die neuen Versionen mit Hold-Funktion und Lockdown besser finde. Mario Bros. großartig. Allein das Cover, das japanische Original-Cover hier. Supergeil. Supergeiles Spiel. Hängt so viel dran an Erinnerungen. Beziehungsweise ich hatte gar nicht dieses Catwitch. Ich hatte wirklich Tetris und Mario als Einzelcatch. So meine Eltern hatten das. Als nächstes habe ich Ice Hockey. Das Spiel hatte ich auch nie. Ich habe es jetzt gekauft, weil es einfach großartig ist im Multiplayer. Ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr schon so lange bei mir dabei seid. Bei Dom vs. Stake. Die beiden haben es gespielt, fand es auch großartig. Und ich habe es mir einfach kaufen müssen, weil es eben wirklich ein Klassiker ist. Was ich mir auch gekauft habe, nicht weil ich es damals im Original hatte, sondern weil ich den Gameboy-Part hatte, ist Darkwing Duck. Und auch das ist wieder ein Capcom-Game. Und das ist auch wie jedes andere Capcom-Disney-Game einfach großartig. Und vor allem ist es halt sehr viel Mega-Man-Anleihen. Aber die Art, wie sie es steuert, wie sie spielt, das Level-Design hat auch im Grunde eine Art Mega-Buster. Aber es fügt Spielelemente hinzu, dass sich Darkwing eben an Dinge hängen kann. Und damit schafft es neue Platforming-Elemente. Man kann sich mit seinem Cape schützen. Alles sehr cool. Hat einen geilen Style. Weil ich habe es auf dem NES-Spiel, da ich es habe, habe damals im Gameboy-Teil immer wieder durchgespielt. Und da hängt auch viel dran an Erinnerungen. Also am Gameboy-Teil, an dem Game an sich. Also die sind ziemlich identisch, Gameboy- und NES-Spiel hier. So, als nächstes haben wir hier Turtles, die Arcade-Game. Ein Spiel, das ich damals nie hatte. Und wahrscheinlich das Spiel für mich gewesen wäre, wenn ich es gehabt hätte. Weil es hat alles, was ich als Kind geliebt habe. Es ist wahrscheinlich das beste Turtles-Game dieser Ära. Es ist ein Port von dem Turtles-Turtles-Arcade-Game. Überraschenderweise, dann heißt es auch Turtles 2, die Arcade-Game. Und es hat Coop. Und mein Cousin und ich wären so drauf abgegangen. Wir haben ja später in Turtles in Time gespielt. Und hätten wir davor schon das hier entdeckt, dann... Keine Ahnung, dieses Turtles-Spiel ist der Wahnsinn. Also für die Ära vor allem. Ich meine, Turtles in Time ist ganz klar das beste Turtles-Spiel ever. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber das hier ist schon sehr, sehr nah dran. Und es ist wirklich sehr gut. So, und das Letzte, da habe ich erst noch ein Präger drüber geredet, ist Megaman 3. Ich hatte noch nie mit dem Leben ein Original-Megaman-Spiel. Und der dritte Teil war verfügbar. Ich habe ihn mir geholt. Und es ist ja auch ein großartiger Megaman. Also, und zwar in meinen Augen der Letzte. Gut Megaman mit guten Robot-Mastern. Also, das ist aber natürlich immer noch ein bisschen so Geschmackssache. Und vor allem geiles Box-Art, muss man dazu sagen. Hier mit Megaman und Protoman und den ganzen Robot-Mastern und Dr. Wily. Ist ein super geiles Artwork. Und ja, das waren meine NES- und Gameboy-Spiele. Beim nächsten Mal machen wir dann Sega Megadrive von Genesis. Also, Sega Megadrive von Master System. Und da kann ich euch nicht so viel zu erzählen, weil ich hatte nie Sega und nie einen Sega. Und darum kann ich euch nur zeigen, was ich habe, aber ich kann euch keine Anekdoten zu den Spielen erzählen. Keine schönen. Ich kann euch nur bei ein paar Spielen, kann ich euch nicht mal erzählen, was das Spiel genau ist. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es euch stört, schreibt es in die Kommentare. Dann überspringen die Sega einfach und machen irgendwas, wo ich was zu sagen kann. Und ja, habt noch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag beim Prenilog. Und ich wünsche euch erholsame Tage. Holt euch ein High-Five gegen die Kamera. Das war nichts. Und dann sehen wir uns. Bye-bye.